Oh Gott, jetzt sind wir bestanden. Nicht deutsche Sprache, kannst du nicht verstehen. Einmal übersetzen, bitte. Ja, Schatz, wir sind jetzt schon ein paar Monate zusammen, eigentlich fast ein Jahr. Und ja, war eine schöne Zeit. Und ich bin zwar nicht bei dir, aber obligatorisch hole ich dir den Ring raus. Und falls du es lesen kannst, ich frage dich hiermit, ich liebe dich und ich frage dich, ob du meine Frau werden willst. In dem Sinne, schöne Grüße nach Deutschland. Ja, wenn sie ja sagen.